Was sind die Kerle? Eddie, sie greifen die Bühne an! Meine Bühne! Hey, verschwind! Hallo, Trottel! Oh nein! Die verkratzen das schöne Kuh! Verpisst euch! Eddie, räumen sie die Typen ab! Herr Scherz, wir haben das gesehen! Aber hier oben sehen sie aus wie kleine tote Ameisen! Geschafft! Puh! So! Dann würde ich jetzt sagen, mag ich doch mal Hauptmission, dass ich hier weiterkomme! Hier habe ich noch eine Kuh! So! Versteckt Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt? 160. Oh scheiße Man sollte schon auf die Straße achten, wenn man fährt Sie ist zu heiß! Ich muss ihr Zeit geben sich abzukühlen Ich verbrenne mir doch nicht die Finger Naja Naja Sehr impulsant. Oh, nicht doch schon wieder. Kenn ich doch. Ich würde dann nur ins Auto einsteigen. Hi, Eddie. Das meinst du nicht ernst. Toternst. Also hier ist der Plan. Wir fangen die Viecher in einem Ring aus Feuer. Und Lita springt von oben auf eine Bestie und reitet sie in den Käfig. Welcher Käfig? Der, den du bauen wirst. Und wie soll ich sie kontrollieren? Mit deiner sturen und energischen Persönlichkeit. Und was dann? Überredest du sie einfach an unserer Seite zu kämpfen? Keine Fragen mehr. Ich kann euch jetzt nicht den ganzen Plan verraten, okay? Zu eurem eigenen Schutz, falls man euch gefangen nimmt. Okay, aufsatteln. Der hat garantiert noch keinen Plan. So, das hier ist das Gebiet, in dem wir sie fangen werden. Das macht es Lita leichter. Total leicht. Scheiße, sind die heiß. Schön, dann los. Da ist eins. Komm, iets, iets. Hey, wach auf. Sag mal, müssen wir die Flüge? Könnte Lita nicht einfach raufspringen, während sie schlafen? Wir haben einen Plan, Mann. Jetzt nicht das Vertrauen in ihn. Nicht so nah. Oh, das läuft gar nicht nach Plan. Oh, das läuft gar nicht nach Plan. Es ist so weit. Spring, Lita, spring! Ja! 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 Sehr schön. Los rein da. Was jetzt? Und nochmal! Noch eins. Ich sehe keine mehr. Sind die ausgestorben? Nein, vermutlich stecken sie irgendwo in der Nähe im Dschungel. Komm, suchen wir eins. Unfassbar, dass wir diese Viecher wütend machen wollen. Hey, vorhin waren so viele da. Kannst du die Monster von da oben sehen, Lita? Nein, aber ich höre sie schnarchen. Oh, ein Drocher. Lass uns das mal wiederholen. Hey, das geht ja unten vor. Jungs, habt ihr mich etwa vergessen? Ist das so ein Streich, bei dem ich die ganze Nacht im Baum sitze? Yeah. Was ist denn das? Los geht's! Hey, hab ich dir schon von den Saulier erzählt? Ein Monster nach dem anderen Baron, bitte! Wie du meinst. Echt beeindruckend. Ja! Kannst du die Monster von da oben sehen, Lita? Nein, aber ich höre sie schnarchen. Hm. Hier bin ich so weit. Hey, hab ich dir schon von den Saulier erzählt? Ein Monster nach dem anderen Baron, bitte! Wie du meinst. Das finde ich andauernd. Also müssen ja da auf der anderen Landkarte ja ohne etliche Drachen sein, die irgendwo hinter irgendwelchen Bäumen sind und so, die ich nicht gefunden habe. Hey, hab ich dir schon von den Saulier erzählt? Nee, wir wollen natürlich nicht weg. Der ist mies gelaunt. Der ist mies gelaunt. Ich hab eins. Okay, Lita, Absprung. Das ist viel zu weit weg. Du musst sie hier drüben fangen. Siehst du das Licht? Mist. Fuck. Also, das steuert sich echt beschissen, weil du siehst das ja nur von vorne. Wir fangen die Viecher in einem Ring aus Feuer. Und Lita springt von oben auf eine Bestie und reitet sie in den Käfig. Welcher Käfig? Der, den du bauen wirst. Und wie soll ich sie kontrollieren? Mit deiner sturen und energischen Persönlichkeit. Und was dann? Überredest du sie einfach an unserer Seite zu kämpfen? Ab geht's! Schön, dann los! Ihr könnt sie mit diesen Zäunen bremsen. Wow, wow, wow! Nicht so nah! Oh, das läuft gar nicht nach Plan! Warum verbrennst du sie? Ich dachte, wir brauchen sie lebend! Wow, wow, wow! Es ist so weit! Spring, Lita! Spring! Das ging! Okay! So... Ich sehe keine mehr. Sind die ausgestorben? Nein, vermutlich stecken sie irgendwo in der Nähe im Dschungel. Komm, suchen wir eins! Okay, also hier hinten irgendwo Ware. Da ist er. Da ist er. Jungs, habt ihr mich etwa vergessen? Komm, viets, viets! Hey, wach auf! Hm, hm. Er ist mies gelaunt. Nicht so nah! Oh, das läuft gar nicht nach Plan! Wow, wow, wow! Nicht so nah! Es ist so weit! Bring Lita! Nein, Gott sei Dank! Sehr schön! Los rein da! Reicht das? Fast! Nee, oder? Nein, Gott sei Dank! Ah, da ist er. Scheiße.